Welchen Sinn hat dein Leben? Hast du die Frage schon mal gestellt und der Zeit genommen, die Antwort? Viele stellen sich diese Frage nicht, sie sind verloren im viel Machen und Tun und halten nie an und inne und fragen sich, was mache ich hier eigentlich, warum mache ich das und entspricht das, was ich hier tue und mache, wirklich diesem meinem Herzenswunsch. Darum meine Bitte gerade in dieser aufwühlende Zeit, die uns an unsere Grenzen bringt, an die alten Wunden bringt und uns oft rauszieht, wo wir oft angehalten werden durch Krankheit, Erschöpfung, Burnout und anderes, nimm dir Zeit und Ruhe für die Besinnung auf die Frage, welchen Sinn hat mein Leben? Keiner kann von außen sagen, welchen Sinn dein Leben haben soll, das kannst nur du selber erfahren, indem du nach innen gehst und auf dein Herz hörst und immer wieder fragst, fühlt sich das gut und stimmig und mit Freude verbunden an. Dein Leben hat erstens den Sinn, den du ihm gibst, aber wie schon gesagt, geben wenig Menschen ihrem Leben ganz bewusst einen Sinn. Du bist hergekommen auf diese Erde mit einem klaren Wunsch. Auf der Seelenebene hast du einen Wunsch geäußert und bist freiwillig hergekommen, weil du hier ein paar wichtige Erfahrungen machen wolltest. Und den Sinn deines Lebens findest du, wenn du annehmend, bejahend, freudig durch deine Erfahrungen gehst und dir bewusst machst, ich gehe hier einen Weg, einen Weg aus Unbewusstheit in Bewusstheit. Wir wissen am Anfang nicht, wozu wir hier sind. Wir müssen auf andere hören, die Erwartungen anderer erfüllen. Aber wenn du aus deinem Haus bist, dann brauchst du, obwohl du es nicht glauben magst, die Erwartungen anderer nicht zu erfüllen. Spüre rein und erforsche, was sind die Wünsche, die Sehnsüchte, die Erwartungen deines Herzens an dich. Dieses Herz arbeitet, wie oft schon gesagt, wie ein Navigator und sagt es dir in jedem Moment. Fühlt sich das hier stimmig an? Der Sinn unseres Lebens ist also aus meiner Sicht, mehr und mehr aufzudecken, uns zu entdecken, uns zu entwickeln aus einem Menschen, der in seinem Bewusstsein auch sehr verstrickt ist mit den Menschen seiner Vergangenheit und hingehen kann und sich entwickeln kann auf die Wahrheit seines Herzens hin. Immer mehr das Leben, das nennen wir authentisch sein, wahrhaftig leben, was sein Herz ihm rät, zu leben. Sei es seine Talente in die Welt zu bringen, sei es ein immer mehr sich liebender, fröhlicher, freudiger, lebensbejahender Mensch zu sein und das zu tun, wo er sagt, das stimmt für mich, das macht mir Freude, das ist mein Ding. Dieses mein Ding machen, ohne gegen die anderen zu sein, sondern für sich zu sein, ist eines der wichtigsten Dinge in unserem Leben. Und so lade ich jeden ein, in diese Entwicklung, in diese Wanderung zu gehen und in Bewegung zu bleiben, in Richtung diesem Herzen, in Richtung dessen, was dein Herz dir sagt, ja, das möchte ich leben. Also der Sinn deines Lebens ist es, deinem Leben etwas Sinnvolles zu schenken. Deine Beziehung zu dir, mit Liebe, Freude bei dir zu sein, aus der Freude und Liebe mit dir den anderen zu begegnen, mehr und mehr zu lieben, das bisher Ungeliebte tiefer zu lieben, anzunehmen und zu verwandeln, Verletztheiten, Kränkungen heilen zu lassen, um dann ganz und gar, mehr und mehr, ganz du zu sein, mit all deinem Denken, Sprechen und Handeln deinem Herzen zu dienen und auch damit anderen zu dienen. Die Frage ist, wem dienst du in deinem Leben? Und was ist die Basis deines Sprechens, Denkens und Handelns, heißt deines Erschaffens? Meine Empfehlung, mach dein Herz und seine Stimme, sein Wissen zur Basis deines Lebens.